So, moin moin, zu einer neuen, könnte man sagen, Staffel, weil die erste Staffel, könnte man sagen, die erste Staffel, könnte man sagen, war ja eher so ein Mix aus irgendwelchen Folgen zusammengeschnippelt. Mystique war auch Playstation-Mengenierer. Eigentlich könnte man sagen, die zweite Staffel, würde ich sagen, hier war die Dracania-Main-Story vom Berg des ewigen Winters und jetzt kommt eine neue Staffel mit auch wieder einer kompletten Reihe. Die Dracania habe ich aber stillschweigend aufgenommen, jetzt werde ich aber trotzdem mal lesen oder so, weil ich werde es versuchen, weil die reden ja immer rein, diese NPCs. Ich werde mal schauen, ob das funktioniert, weil die haben ein bisschen was umgekrempelt von der Anfangs-Story rüber. Wird mal interessant, mal gucken. Deswegen beginne ich jetzt mal mit Fakirer, eine neue, naja, ein neues hier, also eine neue Season sieht man hier gerade. Vom 27.07.2022 kann ich mal erwähnen, damit man auch aktuell bleibt. Dann werde ich wieder Spaß begeben. Mal gucken, das wird wahrscheinlich ein Ladebild sein. Aber wie ist das Ladebild immer so, ich weiß nicht so lange, ich habe schon alles so ein bisschen gemacht halt, weil man das stellt und dann dauert das wieder 300 Jahre, bis er irgendwo hinlädt, keine Ahnung warum. Ich muss unbedingt eine neue Grafikkarte holen. Da sieht man die Erweckung der Dracania eigentlich in voller Pracht oder so. Ich bin kein Fan davon, bin ich ganz ehrlich. Ich habe jetzt versucht, das Rauschen loszuwerden, übrigens, dass sich im Hintergrund vom Mikrofon auftummelt. Ich weiß, dass es von dem Mikrofon-Boost her stammt, wenn ich den runter setzen würde, würde er weg sein. Würde aber nichts bringen, weil ich dann nicht mehr zu hören wäre. Und das wäre eigentlich auch völlig Blödsinn. Dann könnte ich auch gleich komplett alles stumm aufnehmen. Die Wanken war jetzt aber nicht richtig flüssig. Okay, jetzt sieht man hier tatsächlich das erste Mal. Ah, man sieht jetzt hier, dass ich jetzt hier dorthin muss. Jetzt soll ich hier... Ich weiß nicht, dass du sogar schreitst. Schau mal da, der Roten Sonne wird bald aufsteht. Und wir müssen uns auf der Weg gehen. Es war eine schwierige Reise. Nur du hast es so weit gemacht. Jetzt pressen wir nach vorne. Wir sind fast da. Das ist echt interessant. Und dann werden wir unseren finalen Bestimmungen erreichen. Erre of Ages. Seine Reise endet hier! Just as planned. Wieder. Ich glaube, dass du das vorst. Was ist es? Foolish mortals. You're not hurt, are you? I admire your resilience. That is the colossal weapon of ancient Kabur. The Ator. Gaze upon it. The key to our final destination. Quickly now, after it. So, ich habe mich mal wieder mutet. Ich werde mich jetzt immer muten, weil es ja rauscht oder so. An den Videos, wenn ich nicht rede, wird das Rauschen wahrscheinlich schlimmer werden. Wenn ich jetzt rede, ist es vielleicht nicht ganz so schlimm halt. Deswegen werde ich jetzt die Videos halt mit den Rauschen ein bisschen unterdrücken, indem ich halt mich muten werde. Sobald ich mich mute, wird mein Mikrofon ja gemutet und dann wird das Rauschen auch enden. Das habe ich jetzt am Anfang nicht richtig gemacht. Ich versuche mal hinterher zu kommen. Ich weiß es nicht. Falkmeier-Karte hier haben wir noch. Ich versuche mal hinterher zu kommen. Ich versuche mal hinterher zu kommen. Wie ist nichts passiert? Ist das... ...another von diesen Fossil-Kartian's tricks? ... 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay, das war echt ein bisschen grauser. Ich frage mich echt, was für ein Equipment sie hat. Kommt, alle erwachen. Dann bin ich hier auf einen Schlag gehören kann. Ist das nervig hier, wenn man hier nur einen so... Ich bin hier auf einen Schlag gehören. 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 Warum das Schwarzgesied ist, warum haben wir ihn überhaupt rein gelassen? Und so. Warum geht er mir auf die Nerven die ganze Zeit und verzehrt uns? oder so als Beispiel. Das ist einfach nur Pech. Das könnte man sagen. weil uns eine Person, die anscheinend irgendwas anstrebt oder so hintergangen hat. Was ist noch unklar? Also größtenteils unklar. Ich weiß jetzt nicht, was sie wieder vorhat, vielleicht wie sie die ganze Welt vernichten oder keine Ahnung. Ich habe da noch keinen Selbstständigen, wenn ich alle Storys, ich habe jetzt alles soweit gemacht oder so und mehr alles durchgelesen, außer Ataraxion. Aber trotzdem habe ich immer noch ein Fragezeichen, was sie überhaupt will. Ich weiß, dass sie überall weiter nach Macht und nach Möglichkeiten sucht, aber was will die eigentlich? Will die wirklich, wie heißt denn irgendwas zerstören? Oder bin ich jetzt gerade wieder auf den Schlauch? Ich weiß auch nicht. Damit geht die Reise los. Kurz einblende. Perfekt. Also. Hihi, ihr seid, ihr, endlich seid ihr wach nach eurem tiefen Schlaf. Wisst ihr, wie lange ich mich ohne euch gelangweilt habe? Aber warum schaut ihr so, als würdet ihr mich nicht kennen? Tja, ihr habt euch wohl den Kopf gepräht. Egal. Dort wartet jemand auf euch. Jemand, der irritiert ist, als er den Anschein macht. Andere können mich nicht sehen. Macht euch keine Sorgen, ihr geht hin. So, drückt. Um mich jederzeit herbeizurücken. Ähm, hier. Um mich jederzeit herbeizurücken. So, den Foto. Den werde ich überspringen, den Folianten. Weil das ist einfach nur Foliant. Oh, hier noch eine Quest. Oh, gut. Ah, ihr seid also wach. Folgt mich. Mein Name ist Eden. Ich bin Archäologe. Ähm, ich erinnere mich an nichts. Ich erinnere mich an, wer du bist und wo wir kamen von. Von allen auswählen Erkenntnissen, Sie sehen sehr, wo wir sind. Hast du deinen Kopf verletzt? Ah. Wir haben dich gefunden, mit dem großartigen Herz, das wir gestern geschehen haben. Erstens haben wir dich für ein Geld genommen. Was in der Welt ist passiert? Scheiße, das kann ich gar nicht vorlesen gerade, weil ich habe ja den Dings oder so. Ich weiß, dass ich das so heißt, ich hätte eine Mühle gesehen und ich werde dann doch wieder ein bisschen stumm machen hier bei den Dialogen, weil er redet anscheinend die ganze Zeit und ich kann das nicht vorlesen, was passiert ist. Ich fände es einfach wieder so ein bisschen Dings oder er tappt jetzt durch und wenn ich die Dialoge normal laufen lasse, wird es halt problematischer, schätze ich mal. Deswegen hören wir uns nach dem Dialog, wenn wir kämpfen. Werker, komm hierher. Haben Sie nicht die Zeit als Blackstones? Lord Jor-Din ist nicht halb so patient als ich. So, hey Partner, lasst die dummen Spiegelchen. Unser Vertrag ist bindend und die Weiße Hexe gibt es auch noch. Die Erinnerungen verloren? So ein schwacher Körper. Unter so wenigstens die vorzeichnenden Ruinen. An irgendwas werdet ihr euch schon erinnern. Verliert es nicht noch einmal. Das ist ein spezielles Buch, das ich nur für euch vorbereitet habe. Jetzt hast du ja ein Dingskirchen zum Folianten. Okay. So, untersucht die vorzeichnenden Ruinen. Es ist dasselbe hier. Ihr erinnert euch zwar an nichts Besonderes, aber es ist auch hier verspielt eine unbekannte Kraft von unterhalb der Ruinen. Schaut bei der Arena. Eine merkwürdige vorzeitliche Waffe, eine riesige Struktur mit unbekannten Symbolen, sieht nach einer Ausgrabungsstätte in der vorzeiten Ruinen aus. Du hast die Dingskirchen. Die Dingskirchen. Du bist hier? Du bist hier? Du hast gesagt, du kannst deine Mitternacht auf das, ohne die Prinzessin' zu vermitteln. Ah, was ist das Nonsten? When did you start working here? How do you not know this already? When the moon comes up, shall we have a nice little chat by the loo? Who's your supervisor? We can bring him along to get an earful as well. It's Wilson, isn't it? I swear he's left his brain on a deserted island somewhere. How does he expect you rookies to survive? Well, Sam! But I am a generous person. I, Collins, shall teach you all you need to know. This ancient weapon is called an ator. It's absolutely dangerous. So do not touch it! So, hi, die Kopfverletzung hat euch schreckhafter gemacht. Keine Sorge, Arthur ist nur nutzlos. Die Kraft, die wir brauchen, ist genau hier unten. Ihr spielt es doch auf. Schließlich haben wir einen Vertrag abgeschlossen. Die Rothaarige, die vorhin so herumspadronierte, ist wohl die Anführung hier. Sie konnte uns sagen, wie man nach da unten kommt. Aber wieso wacht ihr erst jetzt auf? Ich habe mich allein fast zu tobel, der gelangweilt. So. Ne, ich versuche immer zu muten und zu entmuten. Wie man gerade merkt. Ist aber echt schwer bei den Dialogen. Die meisten Dialoge, ich werde jetzt hier erstmal ganz kurz das annehmen. Es ist echt schwer, das zu machen. Ich werde das jetzt aber so machen, dass ich den Ton jetzt nochmal schnell erhöhe. Auch wenn ich das mache ich jetzt in der Folge noch, weil ich lasse immer noch ein bisschen auf. Halt. Audio Einstellung, Lautstärke. Auch wenn man mich vielleicht nicht ganz so sehr hört. Audio der NPCs. Kann so bleiben. Hier sieht man gerade Lautstärke. Ich werde sie mal höher drehen. Auf 25. Anwenden. Okay. Achso, warte mal. Ich muss ja mal. Das war ja auch falsch gerade. Die Musik habe ich glaube ich ausgestellt. Weil das Problem ist, dass ich die Musik... Hier sieht man die Musik lautstärke. Da habe ich ausgestellt. Das ist ein Fehler eigentlich. Beim Video will ich das drinnen haben. Und das konnte ich vorher im Menü nämlich nicht richtig machen oder so. Weil anscheinend auch nicht jemanden haben. So, dann schauen wir mal nach. Wenn ich sie anklicke, werde ich mich jetzt wieder müden. Und dann... Ja, es ist nach dem Dialog geht es auch weiter. Oh, das Stench. Wie darfst du dich so nah so nah dran. Du... Was? Die Weg nach den Ruinen. Was? Die Weg nach den Ruinen. Die Weg nach den Ruinen. Die Weg nach den Ruinen. Sie fühlen, wie wir zurückkommen sind. Aber Prinzessin, ich versuche dich zu retten, für nur einen Moment zu retten. Wie sollst du in der Weg der Prinzessin Gerrette von Serendia sein? Wenn wir nicht in der Feld waren, würden wir sehr verletzt werden. Was würde dich fragen, was so ein Obvious zu fragen? Hat Eden ausgesucht dich als Mercenari? Wie soll es sein? Sie wissen nicht, dass der Angelegenheit von Serendia ist direkt unter der Kommandung von Prinzessin Gerrette? Wir haben gesagt, Eden, wie wichtig der Angelegenheit ist. Doch er hat sich versucht, jemanden so frisch hinter den Augen zu bringen. Er macht es ziemlich schwer, ihn zu vertrauen als Liedern. Wir werden glücklich, wenn wir überhaupt nichts finden, bevor wir die Vorbereitung. Er hat Eton handpickt von unserem eminent Lord Jourdain. Sie schützt den Grand Chamberlain von Serendia? Ich entschuldige mich, Prinzessin. Das war nicht was ich, als ich diese Worte sagte. Ich werde dich für deine Angelegenheiten verletzieren. Für jetzt, nur sich selbst beschäftigen, wie er seine Ehre zu retten. Und da, was ich zum Beispiel? Ja, ich werde diesen neuen Recruiter ein sehr gutes Spiel geben. Ich werde diesen neuen Recruiter ein richtiges Ziel geben. Die Verteidigung wirklich für dich erhält. Die Vorbereitung zu dir. Ich bin das Worte. Die Reise ausgesucht, die Reise beginnt mit einem Schraubbewerden. Dann zerstören die Schraubbewerden. Dann schlappen die Schraubbewerden und lösen die Schraubbewerden. Ah, Mist. Ihr spürt die stechenden Blicke von Prinz Eintracht und Ihrem Butler hinter euch, mit der Spitzhacke zerschlagen. Mit der Spitzhacke zerschlagen, mit der Spitzhacke zerstört den Felsen rum und die Ruine. Gott sei Dank, jetzt auf den Kahn nehmen, der bleibt nervig. Die Spitzhacke zerschlagen, mit der Spitzhacke zerstört den Felsen. Die Spitzhacke zerstört, dankbar zu diesem Schmerz. Herr Roig kann sich nicht sehen, aber er sieht alles. Also, das ist der Zeit, um deine Dinge zu zeigen, mein Freund. Weren't you an Excavator? Ich dachte, dass du Eaten live getötet hast. Aber es scheint, dass du ein wenigstenswert hast. Ich gebe dir, dass du Zug an der Spitzhacke zerstört. Geh und helfen Eaten zu Ende mit der Excavation. Mann, 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 dieses Muten und wieder ein Muten. Hoffentlich halte ich das durch. Menschen sind schwach. Wir brauchen ihre Hilfe nicht. So wollen wir uns in Ruhe umschauen. Vielleicht fällt uns eine gute Idee ein, was unseren Vertrag anbietet. Ich mag das mit den Dialogen schon sehr. Ich muss aber erst mal noch eine gute Möglichkeit finden, das alles zu denken. Übrigens, wenn es ein bisschen lauter wird, als meine Stimme gerade. Denn nichts ist daran, dass ich, könnte man sagen, wie soll ich sagen, hier sieht man hier Bedberg noch. Na wie Bedberg, oh, das ist gut. Dass ich halt das lauter drehe, um das Rauschen ein bisschen zu hinterdrücken. Ihr wisst, wovon ich rede wahrscheinlich. So, mal gucken. Bevor ich ihn anspreche, gut. Wie. Bevor ich an, woher, wie diese, macht ihr Herz auch ein bisschen zu spät? Oh, 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 oh. Oh, du bist das Leben Relic Eden-Discovered. Ha ha ha, ein Freude zu machen. Luffy-Bed Mountain, in deinem Service. Ich bin nicht sicher, warum niemand auf diese Stöhne-Chamber auf diese Stöhne bis jetzt, aber ich glaube, du bist ein Kind von Glück, nicht wahr? Es ist einfach so passiert, dass der Tag, in dem du wohnst, war der Tag, dass wir endlich das Geheimnis von diesen fünf Stöhnen-Muralen haben. Diese Murale von Prophecy haben die Spekuliert, dass sie durch die Angelegenheiten schildern haben. Sie schildern die Runde und der Fall des Kronen-Kindem, die für die Ballinose war. Geh mal einen Blick. Wer weiß, du vielleicht standst du in front von deinen eigenen Kreationen. Und du hast es gerade vergessen. Ha 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 ha! Ha ha! Ein Bild von Noir III von Haus Bartali, der letzten König des Kron-Krönes von Balenos. Der enorm kronische Krön symbolisiert seine unvergängliche Autorität. Einmal was er hat er war die Todesmacht. Ein Tag ein Alchemist aus dem Meer aus dem Meer begann mit Noir III. Ich, Master, werde dir eternales Leben geben. Ha ha! Wenn ich das hörte, meine Augen würden so groß wie Essen. Eternales Leben. Das ist eine Sache, die ich erwarten, besonders in einem Welt, in dem viele, die sich auszüben, von vollem Leben zu leben, sogar einmal. Das ist ein Thema, als es auszüben. und das war die Gelegenheit. Das Blut und Organe von 100 Kindern und Kinder, die sich darstellen, als Gelegenheit für die Gelegenheit zu helfen. Der König der Gelegenheit Er wurde durch Ballinose geflogen, als die Ressenten der Menschen erreicht. Aber Thua III hat keinen Sinn gemacht, um zu stoppen den Ritual, um den Alchemisten zu beobachten. Nachdem der König erfahren, dass die Alchemisten den schweigen Gott Haddoum ist, seine Gefühle wurden nach dem Punkt, wo er nicht so interessiert war. Glückwunsch, Elyon, Arl und ihre Believer haben nicht gehalten, und der Ritual, um die Hadoob zu bringen in dieser Welt, wurde gehalten. Doch in dem tun, der Kastel wurde verletzt und verletzt. Der König von Kron mit den vielen anderen Königern verletzten in der Geschichte. Das war fast über 150 Jahre vor, aber du kennst, was noch mehr fantastisch ist? Ich, Fluffybedmountain, benutze die größte Erdbeerungen in der Archeologie, um genau wann diese murale wurden gebaut. Verletzt, diese murale wurden nicht 150 Jahre vor, sondern viel, viel weiter zurück. Verletzt, wie die Erdbeerinnen sahen so weit in der Zukunft? Ah, genau. Ich habe das die größte Murale für die letzte. Das ist eine Prophezei, die noch kommt. Es ist der Breker von Chains, der freigte die Vengevolle Säule, die Verbreitung für Haddoum zu unserem Räumen. Ich hab das Zeit. Geh diese Informationen über den letzten Mural und sie an Martha Keyham, daß du? Du kannst sie nicht vermissen. Sie ist unbezündlich groß und trägt so groß, dass du sie für einen Frog wirst. So, damit wären wir, könnte man sagen, zum Schluss dieser Folge angekommen. Sagen wir es mal so. Es geht in der nächsten Folge wieder weiter mit der Story. Jetzt habe ich alles eingestellt. Es bleibt auch so, auch wenn es sehr laut ist oder so. Vielleicht mit der Musik im Hintergrund. Ich werde jetzt noch mal kurz ein bisschen die Musik leiser drehen. Ich könnte sagen, dass es doch ein bisschen zu laut wäre dann. Weil auch wenn das Rauschen dann mit vielleicht ein bisschen drückt wird oder so, muss es jetzt nicht ganz so laut sein. Kann man so machen. Ja, das ist besser. Und dann hört man sich in der nächsten Folge wieder. Die Einstellung habe ich jetzt dieses Mal jetzt mal so gemacht. Und ich werde, glaube ich, heute mal, also an den heutigen Tag, wo ich gerade aufnehme, ist jetzt zwei, ich glaube, drei Tage nach dem Season-Start. Weil ich will das beruhigt haben. Sonst ist hier ein Gewuse von Spielern immer, wenn halt die Season gerade neu anfängt. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht es weiter mit Shakira. Ich vergesse den Namen, weil ich sie erst kurz aufgestellt habe. Shakira, die Pausara. Und viele machen ja Dracania. So, dann sage ich mal, ciao. Bis zum nächsten Mal.